Dank an die Blankenburger Stadtwerke. Kita-Kinder sind begeistert. Die Blankenburger Stadtwerke unterstützen zahlreiche Projekte und Vereine in ihrem Versorgungsgebiet und natürlich auch die Kindereinrichtungen. Jedes Jahr haben sie für die jüngsten der Stadt Überraschungen parat. Im kompletten Stadtgebiet der Stadt Blankenburg haben wir für die Kindergärten dieses Jahr etwas ganz Besonderes uns ausgedacht. Wir haben regelmäßig zu Ostern Geschenke verteilt. Das waren natürlich von Schokohasen, Schokoeiern. Die klassischen Geschenke waren aber auch teilweise exotischere Geschenke schon dabei. Aber dieses Jahr hatten wir uns überlegt, dass wir gerade das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit verbinden mit Ostern und Osterngeschenken. Und so haben wir uns dieses Jahr dafür ausgesprochen, Hochbeete in den Kindergärten zu verteilen. Und Hochbeete, aber auch mit Erde, mit allem drum und dran, auch mit erster Bepflanzung, dass die Kinder vor Ort das Thema Pflanzen und Wachsen und Natur noch hautnah und direkt erleben können. Wir haben dann zum Teil auch mit den Kindern gemeinsam das aufgebaut und dann auch für die Kinder erlebbar gemacht. Und ich muss sagen, die Resonanz der Kinder war sehr, sehr gut, sehr positiv. Und die haben das sehr toll aufgenommen. Und ich bin gespannt, was die Kinder mittel- oder langfristig dann aus dem Hochbeet machen. Die Kindertagesstätte am Tee ist eine von 13 Kitas, die in diesem Jahr ein Hochbeet erhielt. Als Dankeschön an die Stadtwerke wurde von der Übergabe ein kleiner Film gedreht. Und ich bin gespannt, was die Kinder mit dem Hochbeet machen. Und ich bin gespannt, was die Kinder mit dem Hochbeet machen. Und ich bin gespannt, was die Kinder mit dem Hochbeet machen.